Künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben. Das merkt man vor allem, wenn man mal ein bisschen über den Tellerrand seines eigenen Arbeitsplatzes hinausschaut. Intelligente Service-Roboter reagieren auf Sprache. Für eine KI bedeutet Lernen nichts anderes als große Datensätze analysieren. Diese Daten bestimmen maßgeblich darüber, wie sich eine KI verhält und Entscheidungen trifft. Künstliche Intelligenz könnte man besser als Spezialistin für eine bestimmte Aufgabe beschreiben. Ihre Fähigkeiten enden genau da, wo die einzigartigen Fähigkeiten des Menschen anfangen. Schauen Sie, was es für tolle Werkzeuge für den eigenen Schreibtisch gibt. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Künstliche Intelligenz